Ja ja ja, Willkommen zu einem neuen Format auf dem Kanal von Marvin. Ja genau. Worum es mit dem Format geht. Es nennt sich Wer schluckt mehr? Und ihr seht schon, was Marvin hier Verrüstung hat und was ich hier Verrüstung habe. Und ja. Ich glaube es ist auch oft, ne? Wie viel FPS hast du denn, lieber Marvin? Äh, 30. Ja, der letzte Mal doch lieber mal nach meinem Programm genommen. Aber ist ja auch egal jetzt. Ähm, wir machen, äh, einen Schluck mehr. Es geht darum, wir kämpfen gegeneinander. Und äh, ja, er wird immer bessere Rüstung haben, als ich immer. Das lässt sich immer steigern. Jetzt ist noch so ungefähr ausgeglichen. Und ja, ich würde sagen, es geht los in drei, in zwei, und in eins. Und ich würde sagen, es geht los. Scheiße. Sieht so gut. Scheiße. Ne, wo? Yo, ich hab den ersten Kampf gewonnen. JJ. Ähm. Mhm. Ne, ich rede schon gar nicht viel. Jo, äh, ich hätte dann gesagt, es geht, wir machen Best of Ten. Das heißt, ähm, ich würde sagen, das war nur ne Proberunde. Ja, also ich würde sagen, es geht los. Richtig. Jetzt. In drei. Also, ihr habt zehn Leben. Der hat zuerst die zehn Leben weg, der hat verloren. Ähm. Okay, ich würde sagen, es geht los in drei, zwei, eins, nö. Scheiße. Ich bin hier runtergefallen. Na dann. Scheiße. Hey, du hast das Coop kurz? Ich hab... Doch, lol. Ich habe Coop kurz im Inventar gehabt. Du bist ganz schön gemein. Wieso bin ich gemein? Weil du ins Inventar gelassen hast. Im Inventar gelassen hast. Schluck. Schluck. Schluckst du überhaupt? Schluck. Ah, steht okay. Tatsächlich. Okay, voll. Ich hab voll ein Herz gehabt. Ja, ich weiß. Das ist ja immer das Problem, das Komische. Also, ähm, wollen wir ihn bitte wieder abbauen? Hä, was, was ist denn ein komisches Problem? Ist egal. Äh, Marvin hat den ersten Kampf jetzt gewonnen. Ja. Ich würde sagen, jetzt kommt der zweite. Drei, zwei, eins, go. Kassi. Ähm. Ja, jetzt waren sie endlich mal. Was hast denn du für Reingehacks? Ähm. Ich hab keine Reingehacks. Ich hab die ganze Zeit drauf. Alter, wie du lächst bei mir, Digga? Äh, du lächst. Und du gehst. Ja, vermutlich weil ich den Server noch brauchst, ne? Nein, das bringt es. Mach doch, Anton. Du brauchst es doch nicht den Server. Na. Nein. Das war nicht schlecht, muss man ja nicht mal sagen. Komm mal nicht raus. Ach, so scheiß. Oh. Oh. GG. Ähm. Du hast nicht so viel Level. Ich kann's halt. So. So. Bitte immer auch. Oh ja, wieder löschen. Ich zieht da mich selbst. Ja, was ist das für Stein? Das ist ja einfach Kohleblock. Klingt einfach an zu brennen. Back of coal. Das ist cool. Ich hab die Kacke in dem Loch. Hör auf. Ich hab Spaß. An dieser Stelle hat Adrian, weil ich das angezündet hab, mich vom Server ausgeschmissen. Ich hab mir nur gedacht, was? So. Nur weil ich das angezündet hab. Und er wusste halt nicht, dass man das einfach mit einem Command mal kurz so. Und dann hätte ich mal ein paar, zwei Sekunden, hätte ich das wieder gefüllt gehabt. Und der denkt auch, dass man das einzeln setzen muss. Und das waren ja nur ein paar Blöcke, Digga. Und selbst wenn ich noch ein bisschen ausgeweitet wurde, das ging. Es war echt über Tränen, dass er das gemacht hat. Also da ist er ein bisschen im Kopf. Und ähm, ich nehm das extrem übel. Ich nehm's übel. Nein, ähm. Natürlich geht's gleich weiter. Aber ich hab's einfach quasi, den nächsten Abschnitt quasi dran geschnitten. Und ja. Das ist einfach nicht. Also nochmal 10 Minuten oder so. Und ja, die kommen jetzt. Dann viel Spaß. Ciao. Hallo. Hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Hallo. Wieder zu diesem komischen Format da. Wenn man auch immer in dasselbe Aufnahme ist. Und jetzt hast du wieder einen Platz. Ja, das klingt doch nicht mehr an. Achso. Okay, warte. Drei, zwei, eins, go. Oh, da war ich grad auch in einer schlechten Situation. Das wär... ey, du musst aber auch mal langsam mal weniger Rüstung bekommen, weil ich dachte, das kommt immer schlechter für... schwieriger für dich. Schluckst du. Schluck, 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 schluck. Machen wir gerne nur ein bisschen. Schluck, schluck. Schluck, 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 schluck. Du hast das da flot. Du bewegt dich so ein bisschen. Scheiße. Du bist am Arsch. Ich lasse ihn noch kurz auch mal voll. Natürlich, du bist voll. Warum machst du das? Mach das mal easy. Weil klar, dass ich dein Leben in der Regen habe. Ich habe doch vorhin gesagt. Achso, ich mach mal kurz was. Ach, geh, heim ich hab ja keine OP. Danke. Ähm... Slash effect. Add a... Angestoppelung und... Hunger. Also wir machen jetzt schon eine sehr sehr große Steigerung. So. So, warte, 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 warte. Ah, das gibt's doch nicht. Es geht natürlich runter. Alle runter, also deine ganzen Sachen. Also ja, weil du bekommst neun Stuff, du bekommst voll die... ah. WTF wird es wieder schnell aufgefüllt? Ja. Das ist die höchste Stufe, die es gibt. In Hunger. Ja, hab ich doch gesagt. Musst du das eigentlich so richtig runterziehen. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, okay, wir kümmern uns mal drum. Moment. Ähm... Hm... Ist doch egal jetzt. Die Welt müsste ja geladen werden. Ist doch egal. Nein, warte, ich krieg das hin. Warte. Warte. Äh... Set... Wurr... 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 So. Habe ich mit Wurr... 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 So. Möchtest du mal hier hingesetzt. Das ist ja noch irgendwie drückend. Zieh vielleicht mal deine runde Diarrüstung an die Di... Ja, wir bekommen übrigens Hunger. Ähm, ah, jetzt gehts. Ja, stell es mal aus, Mann. Stell es aus. Ich muss erst mal sterben. Respawn. Ach so, ja, sterben. Da gehts. Ja, du kannst übrigens Dings. Deine Diarrüstung anziehen, Mann. Oh lol, meine Sachen sind mir vollkommen gegangen. Ei. Alles fresh. Nur noch in der Tech. Noll, gold, Apple. Hier, okay. Ist es noch Apple? Nein. Ich dachte schon. Da ist. Ich nehm mich kaputt. Okay, ja. Ich bin ready. Na, egal. so, also so auch. Hey, geh mal runter. Wurde nie gesagt. Nicht rumbleiben. Oh, okay. Von mir aus, sondern ich bin 321. Mal bitte. Wie, bis jetzt nicht rein. Davon aus rumgelaufen. Du guck mal, du hast einfach 30 FPS mit dem guten PC, okay? Scheiße. Und ich habe mit deinem Aufnahmprogramm, aber ich habe mehr. Ja, ist okay. Geh mal runter. Oh mein Gott. Ja. Soll ich mal da hin? Das ist ja wirklich der erste Stelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Scheiße. Der alte Skyros Trick. Der alte Skyros Trick. Der alte Skyros Trick. Weil ich war lowlife. Unw nedenier! Mach das was auf. Scheiße. Guck mal rein. Gut. Einfach eine gute Idee. Oh Dankeschön für die Zeit zum Käppeln. Das war kein hässlicher Mausperber. Du hälst dich jetzt wohl! Endlich! Ich hab einfach nur schön hier die ganze Zeit gespampt und dann ging das. Und hier spams, spams, spams. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Ja, ich weiß. Na, genau! Nein, scheiße! Das war so knapp. Ich hab's sogar noch gegessen. Scheiße! Gerade diese blöde Stelle. Also Cowboys baue ich mal ab. Kannst du auch abbauen, wenn du willst. Was? Baust du ab? Ja, kannst du auch abbauen, wenn du willst. Die Cowboys? Was? Ja, ich meine, kannst du auch abbauen. Ja, ich guck mir, ist klar. Ja, du wirst doch nicht. Komm los. Wie schlecht bist du eigentlich? Ziemlich. Weißt du doch. Warum hast du wohl hier so... Besser als Lächter ins Dach, weiß ich, weil du... Was? Fernadia! Hä, vertreff ich dich nie! Oh, scheiße! Ja, komm! Ja, geil! Steck es in dir rein! Ja, eigentlich nicht. Ich hab schon was schief. So hässlich im Bogen. Wie ich es einfach mache mit dem Bogen. Obwohl ich so scheiße bin. Scheiße. Ich bin echt scheiße. Ist mir halt schlecht, weil, dass du dich noch in der Luft gekriegt hast. Scheiße. Da hab ich voll auch hier am Ding drin. Das kann ich ja nicht mehr machen. Ich kann keinem Schwerpunkt. Ich würde auch vielleicht versuchen rauszukommen, wenn ich du höre. Ich weiß. Ich weiß. Ja, komm in die Geschichte raus. Oh, scheiße. Easy. Ja, meine Ahnung. Ich sollte mich jetzt voll in der... Ich seh meine ganze Zeit. 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 Vielleicht würde ich. Ich muss mich schon auf meine Hand zu verlassen. Nein. Ich brauche. Das ist ein Vorteil. Ich hab ein Pjarkang. Ich muss es mal suchen. Oh, das ist doch ein Zeige. Oh, das ist schon so ein Zeige. Oh, JJ. Ah, JJ. Am Anfang hat man so eine kurze Schutzzeit. Und die habe ich jetzt perfekt nur ausgenutzt. Oh, Dankeschön. Verliegen wir kein Anfangschen. Gerne. Mein Spaß natürlich nicht gerne. Aalte richtig jetzt gilt geschlagen ein aber was muss man verarschen das ist ein anderes Wort genommen Ich muss den vollen Fall nicht reinstecken. Steckt. Was machst du denn da? Ja, ist klar. Ist klar. Lebe wohl. Soll ich mal mit dem gleichen Take-On-Pack wie du spielen? Da muss ich aber kurz in Ruhe lassen. Ach so, mach... Einschlag noch. Soll ich die bessere Version nehmen? Weil... Ich kann schon das. Mach halt. Ich nehm die neuere Version. Die Nebeln. Nöweser. Nöweser. Guck. Guck, was du da anhast. Allerdigger, ich war noch nicht fertig. Was sieht denn an? Die PvP-Jacke und den PvP-Hut. Hey, was PvP-Jacke und PvP-Hut? Aber ich mach das jetzt perfekt nicht so sehr. Ich wechsel es wieder. Mhm. Okay. Du kannst da drüber spielen. Das weißt du. Über die Blöcke. Ich weiß. Aber ich mach das nicht gerne. Oh, leider hab ich mir den Bogenkopf wo ich geben könnte. Die einfach von zu weit oben runtergefahren bin. Was machst du die ganze Zeit? Probier, dass du runterfällst und vor allem... Spam dich, weil sonst brennen die Zäune auch noch ab. Ja, aber die Zäune sind nicht so wichtig. Naja, stimmt. Naja. 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 Oh, jetzt gibt irgendwie gut damage. Jetzt gibt irgendwie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Snaggy-Daggy. Ich habe echt... Ich habe nicht viel an den Skate gegeben. Schade, dass ich nicht kriege. Das Format ist echt... Da fällt mir dann auch, dass ich das Format schon wieder viel zu lange überzogen habe. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte, stopp, 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 stopp. Ich habe das Format viel zu lange überzogen. Diesen... Was mich weiter geht zu dir in der nächsten Folge. Das ist ja nur so... So ein Zwischenformat. Also ich denke, das wird echt nicht so lang. Ich weiß es nicht. Also... Keine Ahnung. Aber das ist echt... Ich finde es nicht ganz so spannend. Na gut, mal schauen. Und äh... Bis zur nächsten Folge. Ciao. Okay. Ich kann das bisschen weiter einfach so kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.